Hallo und herzlich willkommen, liebe Leibnizler. Wir lernen heute gemeinsam den Lurumba von Gut und Schneider in Kreu hören. Wir, das heißt Schadote und Manuela. Danke, liebe Kunden, dass du uns den beigebracht hast im Kalka und wir sagen schon mal Hallo. Viel Spaß euch allen beim Lernen. Dankeschön. Quater, halb, Chassézeit, Crossrockzeit, Lampracross. One, two, three and four, five and six, seven and eight. Heel, right, coaster, step, 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 point, flip. One, two, three and four, five and six, seven and eight. Heel, right, coaster, step, 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 point, flip. One, two, three and four, five and six, seven and eight. One, two, three and four, five, six, seven, eight. Back, step, back, touch, back, touch, back, touch, side, touch. Heel, right, coaster, step, 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 point, flip. Step, 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 step 5, 6, 8, 7, 8, water, water, shuffle, high, cross, back, close, step, touch, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, and 7, 8. Turn, turn, shuffle, side, cross, rock, side, samba, cross, hip, right, step, 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 point, flip, rock, forward, chuck, 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 back, touch, side, touch, turn, turn, shuffle, turn, cross, back, back, touch, 1, 2, Turn, 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 step, 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 step Turn, turn, cha-cha-cha. Cross, rock, side, side, one step. Heel, right, cross, step, walk, walk, touch, flip. Rock, walk, cha-cha-cha. Back, touch, side, touch. Step, step, cha-cha-cha. Cross, back, cross, step, touch. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quarter, touch. Quarter, touch. Quarter, touch. Quarter, touch. Quarter, touch. Quarter, touch. Walk, walk, side. Walk, head, side. Walk, step, touch. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 8, 8. 2, 3, Amen. Wenn ihr das soweit habt, könnt ihr beginnen zu tanzen. Das heißt, bisschen Lüfte, bisschen Arm, bisschen Schulterschnie. Soll ich den Start sein? Okay. Ich zeige es langsam. Wer es nicht mag, kann es auch weglassen. Turn, Turn, Chassé-Side, Cross-Rock-Side, Sunder-Step. Hier, Right, große Step, Tief, Hoch, Point, Flip. Rock, Forward, Cha-Cha-Cha, Back, Touch, Back, Touch. Ihr könnt auch machen, Schulterschnie. Dann geht's weiter mit Step, Step, Cha-Cha-Cha, Cross, Back, und Step, Touch. Kleine Möglichkeit. Wir gehen. Quarter, Turn, Quarter, Turn, Quarter, Turn, Quarter, Turn. Jetzt geht bitte mit dem Fuß One, Two. Bisschen Hüfte. One, Two. Side, Rock, End, Side. Rock, Step, Touch. Wir wünschen euch viel Spaß. Danke, Charlotte und Maruena. Danke. 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 Zuschauer von 5! Duack, Dopp. Duack, Dopp. Duack, Dopp. Wie war. Duack, Dopp. Duack, Dopp. Duack, Dopp. Wie war. Vielen Dank.